Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 20. August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1066, heute mit den folgenden Themen. Nomad, Amazon, Oppo, LibreOffice und Fritz OS. Ich starte gleich mal mit Nomad, ein Hersteller, der wirklich tolle Gadgets macht. Der sehr wertige und auch nicht unbedingt die günstigsten, dafür aber sehr extrem gut verarbeitete Gadgets rausbringt. Der bringt jetzt einen neuen Leather Loop auf den Markt. Was ist das Ganze? Ja, für AirTags, ihr kennt sie vielleicht noch, die kleinen Dinger von Apple. Ein, ja, Leder-Um-Dingsi mit so einem Metall-Um-Dingsi für einen Schlüsselbund. Coole Gadgets hätte ich in AirTag, würde ich mir diese auf jeden Fall etwas genauer anschauen, weil mir gefällt die schlichte und einfache Art, wie das Nomad da gemacht hat. Das Ganze gibt es in drei verschiedenen Farben, einem Schwarz, einem dunklen Braun und eine Art Bäsch, würde ich doch behaupten. Weiter geht es mit dem zweiten Thema und das ist Amazon und wieder mal mit etwas spezielleren Nachrichten. In den Staaten möchte man, nachdem man die ganzen Kaufhäuser der traditionellen Verkaufsshops etc. platt gemacht hat, die eigenen Shops rausbringen. Man hat ja schon gewisse erste Möglichkeiten geschaffen, zumindest so kleine Lebensmittelläden, dann hat man Supermarktkette und auch ein paar Buchhandlungen in den grösseren Städten. Aber Amazon wird es richtig klotzen und Stores so in der Grössenordnung von 3000 Quadratmeter aufwärts bauen, wo man dann vor allem wahrscheinlich dann eher so die eigenen Produkte ausstellt. Und ich bin da mal gespannt, ob das Ganze so durchgewunken wird oder ob da Amazon ein bisschen Gegenwind entgegenkommt. Weiter geht es mit Oppo und wegen dem bin ich heute mitten in der Nacht aufgestanden. Irgendwie um halb neun Uhr morgens hat ein Oppo-Event stattgefunden, der online stattgefunden hat, logischerweise. Future Imaging Technology Event, da hat man gezeigt, was die Zukunft der Smartphone-Fotografie ist. Zum einen haben sie neue RGBW-Sensoren, dann haben sie ihre Fünf-Achsen-Technologie, wo die Kamera schön flüssig hin und her geht. Die haben neue Möglichkeiten, was den optischen Zoom anbelangt, gezeigt. Und natürlich dann auch, wie schon vor kurzem angekündigt und hier in der Daily schon mal auch behandelt, die Unter-Screen-Kamera ein bisschen genauer besprochen. Das Ganze schaut sehr, sehr interessant aus. Vor allem die Möglichkeit mit dem stufenlosen optischen Zoom. Das ist meiner Meinung nach etwas, was sehr wichtig ist und woran sie sicherlich gut tun, wenn sie daran arbeiten. Wer sich da ein bisschen mehr einschauen möchte, das Event, was sie abgehalten haben, ist auf YouTube online zum Nachschauen bereit. Auf daily.geetog.ch oder im Podcasts Reues Vertrauens findet ihr das entsprechende Video dazu. Es lohnt sich auf jeden Fall, geht nicht mal eine halbe Stunde und hat sehr viel Informationen in die Richtung mit drin. Dann gibt es Neuigkeiten für all diejenigen, die mit LibreOffice unterwegs sind. Das ist bei uns auch so, zumindest zu Hause, aber auch in der Schule, nutzen meine Mädels nicht Office von Microsoft oder Microsoft 365, sondern eben das offene und LibreOffice. Und dazu gibt es ein grösseres Update auf die Version 7.2, wobei es vor allem um einige Verbesserungen geht zu der Interopenerität, zu dem proprietären Dateiformat von Microsoft. Das heisst, man kann darüber eben Dateien von Microsoft besser öffnen und hat weniger Fehler oder auch Darstellungsungleichheiten etc. Plus, es gibt auch Verbesserungen in der Zusammenarbeit für all diejenigen, die einen Apple M1-Prozessor basierten Computer haben und eben auf genanntes LibreOffice zurückgreifen. Gute Neuigkeiten gab es gestern für meine beiden oder zwei meiner Fritz-Boxen, die ich im Büro nutze. Zum einen ist das die 7590, aber auch die 6850 5G. LTE, nee, LTE, genau, die haben nämlich ein Update bekommen auf die Version 7.2.8 von FritzOS mit ein paar Kleinigkeiten, die interessant sind, vor allem die Geschichte mit der Vorfahrt im Homeoffice, wie man schon so schön sagt, Priorisierung, einzelne Rechner, Computer, TVs, Geschichten etc. Aber auch die ganzen Kleinigkeiten im Bereich Smart Home, die sie damit eingebaut haben, sind sicherlich nicht verkehrt. Wer also solche Fritz-Boxen hat, unbedingt updaten, es lohnt sich. Und jetzt kommt eben meine 6850 5G auch noch. Da bin ich mit Beta unterwegs und die hat ein Update auf 7.26 erhalten. Wer da nicht mit Beta unterwegs ist, hat glaube ich noch 72024, etwas in dem Drehraum. Auch da, Updates sind nie verkehrt und solltet ihr einspielen. Aber was ich vor allem toll finde, und das habe ich gestern Abend auch kurz noch als Tweet verfasst, die 7490, ein Gerät, das jetzt schon mehr als 8, sogar 10 Jahre auf dem Markt ist, hat ein Update bekommen. Und das ist das Schöne an AVM-Produkten, die bringen über viele, viele, viele Jahre Updates für die bestehenden Boxen raus, womit man auch dann die älteren Geräte noch nutzen kann. Und für all diejenigen, die damit genügend WLAN-Speed etc. haben, für diejenigen ist das eine wirklich tolle Geschichte und die müssen dann auch nicht auf neue Boxen ausweichen. Sehr, sehr schick, gefällt mir. Ja, das war es mit den heutigen Neuigkeiten und somit ist auch die Woche wieder komplett. Ich wünsche all denjenigen, die frei haben, ein schönes und erholsames Wochenende und die, die arbeiten dürfen. Liebe Grüße, arbeitet fleissig, meiner Einer tut das auch. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche mit der nächsten Episode wieder. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.